die sind gerade das haus losgegangen immer diese verrückten frauen mario echt das echt schlimm ja das war doch sehr schwer vergiss es einfach als youtuber vor allem rennen die einen so einen hinterher ja ne das war bei Ich habe schon nicht ein Volker. Ich probiere, mir das Boden heranzubkommen und zu beladen. Oh, komm, spring hoch. Nein! Ah, noch ein Stückchen. Okay. Wie meinst du es vor? Ich komme! Jo, ich würde dann sagen, bringe die Holzdinge auch direkt rüber. Da haben wir das Boot, bringen das Holz direkt rüber und fertig. Die ganze Wand dauert dann wieder zu lange. Oh! Oh! Du, 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 du. Oh, 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 oh! Hier, dann rechnen wir mal ein bisschen nach Suchen nach Soda. Ja. Ich würde mitkommen. Ja. Ja. Okay, bringen wir es rüber? Ja. Ja, ich... Kannst du mal vor, ich bin kurz auf der Toilette, ja? Okay. Ach so, ich muss es reinmachen. Ach so, ich muss es reinmachen. Ja. Okay, das ist gut. Hier vorne direkt reicht, ja. Ja. Und, okay. So, Verbindungsbrücke bauen. Nur die Brücke, ne? Noch nicht den Rest. Jojo. Wie viel fehlt da noch? Äh, drei. Zwei. Zwei. Immer noch einer. Okay. Juhu. Gut. Oder geht kurz auf die Lette, ja? Jo, bis später. Bis gleich. Dann probier ich jetzt mal die Außenwende nach oben zu ziehen, an der Seite. Direkt neben dem Eingang. Dann gucken wir mal drauf drauf. Okay. Ja. Ich würde nämlich die Wände noch gerne hochziehen wollen, aber es tut mir gut, dass ich dann daneben noch eine kleine Steinbank setzen kann. Obwohl mir einfällt, ich hätte das Fleisch direkt von dem Dorf oder mitnehmen sollen. Dann kann ich das hier auf das Dryingdreck direkt aufziehen. Ich glaube das mache ich noch gleich. Und noch zwei Baumställe. Jetzt ist die Frage, kann man die jetzt daneben setzen ohne dass das hier komplett hinbezogen wird? Nein. Ich hasse es. So, wer da? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Ich setze jetzt auf jeden Fall nicht überall hin, wenn er dir deinen Arm anzeigt. Aber sonst ist es schon hinter die ganze, das ganze Hologramm hier wieder neu zieht fürs Holz. Ich weiß nicht, mit welchem Knopf das geht, dass du das nur für eins machst. Kontrolls. da bitte auslösung erst gemacht einfach zählen aus der zählen und steht darauf so ja das gefällt mir und hier auch noch mal einmal hier schön auf die ecke setzen und ok ja ist super ok da noch und hier noch mal eins und das ist auch mal auf der Seite jetzt sehen alle es ist das so das ist gut wir brauchen dringend um ja kommst du mir ich hab selber so da ist das ich hab einfach getrunken ganz gut weil das immer rot gefüllt ist solange ich blut getrunken so gefühlt das ist oder es ist aber auch aber brauchen sie gar nicht ja er sagt er wird ausreichend diese Verbesserung dass du mehr steine aufsammeln kannst ich hab einfach mal geguckt letztens irgendwie nach so'n Berg im Tablet mal gucken ähm hat das hier irgendwo mit aufgelistet und da das ist der ganz normale Beutel in der Artzeit das was mit Kaninchen fällt glaube ich scheiße hab ich nicht das war alles was ich brauchen konnte versuche erst die andere Wand hinten rumzuziehen bevor du hier die Seite dicht machst ja ok dann können wir uns das nämlich sparen dass wir dauernd hin und her laufen müssen oder mit dem Schiff drum herum fahren ähm ich wollte noch an Land und die Leichen zerstückeln und das Fleisch hier auf dem Drying Rack rauf hängen ja warte ja warte wo wie kann ichs grad hier nicht setzen warte ich probier nochmal was hä was dann la 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 warte ich grad irgendwie grad nicht setzen warte ich ganz kurz was auch immer du machen willst irgendwie es geht hä also ich grad irgendwie das Holz nicht setzen in der Wand aber warte ganz klar ich würde es auch kurz aber testen hier ja ist schon klar aber es geht irgendwie nicht hä also bei mir gehts ich kann also ich wird es bei dir angezeigt ähm ja es gibt noch kurz ja es gibt noch kurz also bei mir wird es auch angezeigt ich könnte es da hinsetzen ja jetzt kann ich ja okay also das heißt gemacht ja jetzt kommen wir hier nicht mehr rüber ne doch klar klar da freut mich nicht deswegen hast du deine Seite hochziehen hast du noch Steiner? ja dann können sie nämlich noch den Rahmen weitermachen wenn du willst du hast das Ding abgerissen ja ich kann sie neu setzen das ist ja nicht das Ding ja aber es sieht beschissen aus jetzt ah nein 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 ja doch weil du nur so kleine setzen kannst hä wie aber wie das ist das Ding du hast du nicht ne doch ja ja du hast du nicht du hast du nicht was dir Warte mal, wenn du es anpassen kannst, dann kriegst du es da hin Warum krieg ich das nicht hier? Ah ja, stimmt Das ist wieder die Sache mit C Du musst ein Profi für sein, ne? So, lass uns mal wieder, warte, können wir pennen? Ja, gleich, jeden Moment Dann lass uns mal das Schiff eben wieder an Landzug setzen Einfach rückwärts werden, ne? Oh, ich erfriere Oh, ich auch Ja, wir sind da Dann lass uns kurz schlafen gehen Komm schnell, dann wird es Tag Jaaa So Guck, eine wunderschöne guten Morgen Ach ja, die Leichen zerstücken Ach ja, die Leichen zerstücken Ja, und sagt, die Leichen sind weg Nice Ähm, ja, wir wollten nochmal ein bisschen auf Suche gehen, ne? Ach so Ach so, ja Hälsse, hören wir bis nächstes Mal machen Komm wir auf Also langsam Hab ich nicht mehr die Lust und Laune Okay Ja Ja, wollen wir? Das ist Normal auf Wasser, Moment Ist das normal auf Wasser? Eigentlich A, noch einmal zum Abschied die Zip-Line rutschen Die Zip-Line ins Folge-Ende Warte, ich komm gleich mit Warte noch bevor du rutsch Ja Ja Auf den Weg Okay Ciao Ob das funktioniert, ob das jetzt funktioniert ist gleich tot Hey, cool, funktioniert Attacke Oh So, theoretisch Ich setze es einfach mal So Okay Dann geht es mit dem Haus bauen Ja, ja Ein bisschen Holz können wir ja in Zukunft noch so Wie geht es wieder außerhalb der Folge zusammenbauen Dauert ja sonst wieder ewig Genau Wenn das alles an Land wäre, könnte man das schön im Stück aufnehmen Aber auf dem Wasser, naja Okay, dann geht es in der nächsten Folge mit der Erweiterung des Hauses weiter Und wahrscheinlich mit der Suche und wahrscheinlich mit der Suche und vielleicht auch mal eine kleine Müllerkundung Dann bis zum nächsten Mal Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alter, der zieht den Baum an. Was zum Fick? Der ganze Baum brennt. Aber das ist der Baum, wo das Harz ist. Kann man das Harz annehmen? Hab ich schon genommen. Hoffentlich überlebt der Baum. Nein, nicht unsere Harzquelle. Das ist mir egal, die Sipline ist mir sowieso scheiße geil. Nicht unsere Harzquelle, da steckt ein ganzer Kochtopf drin. Alter, das sieht gar nicht gut aus. Nee. Burning Tree! Das Burning Tree Festival. Du Hurensohn! Ah, das vielleicht kannst du mitnehmen und auch drüben... Bonds dann... Nein! Oh, cool Kohle! Na da Hurensohn, du Hurensohn! Ich bring dich um! Ich bin das Fleisch schon gut. Ich hab schon alles voll, aber... Ich will ihn schlagen. Für das, was er mir angetan hat. Ich habe sie geliebt. Oh, wow, da ist er. Der Harzquelle. So, und den Rest sehen können wir hier aber liegen lassen. Ich geh kurz auf Fleisch trocknen. Wir bauen neuen Kochtopf, ne? Ja. Ja. Du kannst hier oben rüber, ne? Warte Mario! Wie sollten wir das Ding noch auslaufen? Ciao Chris! Hast du ne weitergebaut, Mario? Ja, ich bin ne weitergebaut. Ah! Weil, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm... Wir müssen nicht aufzeichnen, wie wir das ganze Haus hier aufkriegen, weil, ähm... Ja, das stimmt. Das ist mit den ganzen Holzfällen und die rüberbringen, so ätzend. Der steht. So. Ähm... Fleisch. Ich wollte hier nämlich so ne Küche reinzimmern. Eine kleine Küche. Dann werde ich mal noch ganz kurz, ähm... Ich craft meine Route. Mach ich das so? Ich glaub ich mach das so. Kommt hier ne Tür rein? Ähm... Ne, hier lass ich mal zu. Hier ein Fenster. Hier noch die Tür. Ach komm, da brauche ich da auch ein Fenster rein. Fenster. So, so, ja komm. Und den weg. 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 Oh! Oh! Hast du da gemacht? Ja gut. Die Wand war noch, äh... Im Bau. Ich dachte, das wär ne Bauphase gewesen hier. Äh... Ich find da auch nichts. Der ist schon fertig. Ach so. Wollen wir dann irgendwann einen großen Turf und dann... Da ist dann auch eine SIP-Line dann, ne? Genau, da geht's dann wieder aus Festland. Ja, ja. Ich halte mich nicht in der Erkundung machen. Äh, warum ist dann Feuer... ...mitten... ...auf dem Meer? Ja, das kann doch sein, dass es vom alten Boot hier ist. Ja... Ich weiß, es sieht beschissen aus. Ja, ich dachte, das ist ja auch unter Wasser. Ja, so, zwei Fahrn. Ja, so, zwei Fahrn. Von dem Boot, ne? Bitte? Von dem Boot oder was? Jo. Von dem Boot oder was? Von dem Boot oder was?